Musik Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und Arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Mit diesen Worten von Martin Luther sage ich herzlich willkommen zu Gebet für dich live. Welche Kraft hat es, wenn wir für andere beten? Warum sind diese sogenannten Fürbitten so wichtig und wie kann ich überhaupt für andere beten? Darüber werde ich mich heute mit Iseude und Daniel Müller unterhalten. Die beiden leiten das Missionswerk Karlsruhe. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Alena. Hallo Alena. Wenn ihr möchtet, dass Iseude und Daniel für euch und für eure Anliegen beten, dann meldet euch gerne. Wenn ihr auch gerade eine Fürbitte benötigt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Alena Wessling und begleite euch durch die Sendung. Daniel, für andere Menschen zu beten, hat bei euch im Missionswerk eine lange Tradition. Aber wie ist das überhaupt entstanden? Ja, schon mein Großvater hat auf dem Karlsruher Messplatz Großveranstaltungen, Gebetsveranstaltungen gemacht. Dann später mein Vater und da sind wir auch mit drin gewesen, mit aufgewachsen. Und es kamen Leute von ganz Deutschland für Gebet, Dinge zu erleben und wunderbare Dinge zu erleben. Das hat uns begeistert und wir sind eigentlich in den Fußstapfen weitergegangen und wir erleben es heute noch. Das heißt, du hast dann auch Erfahrungen mit Gebet für andere gemacht? Ja, da hat man sehr viel Erfahrungen. Nicht jetzt den Wortlaut, wie man betet. Ich habe auch mal gemeint, hat man den richtigen Wortlaut geschehen, die Dinge, die man sich vorstellt. Es ist eine Herzenssache. Aber was wunderbar ist, die Ergebnisse, wie Gott Gebete hört. Isolde, haben auch schon mal Menschen für euch gebetet? Ja, natürlich. Auch wir brauchen Gebet. Und wir brauchen Gebet im Alltag oder wenn wir Probleme haben. Wir haben ein großes Gebetsnetz, wo Menschen für uns beten und auch Mentoren, die für uns beten. Aber zeigt man da nicht eine Schwäche, wenn man zugibt, dass man Gebet von anderen braucht? Nein, wir brauchen alle Gebet. Wir brauchen alle die Hilfe Gottes im Alltag oder bei Problemen oder auch in Verantwortung, wo wir stehen. Dann lasst uns gleich direkt mit Beten loslegen. Uns haben zwei Bitten erreicht, die beide von starken Ängsten handeln. Ich habe ein Gebetsanliegen für einen jungen Mann. Er hat Autismus. Seit einem Jahr hat er nachts Ängste und näscht sich ein und sagt immer, er hätte Matsch im Kopf. Er sagt, er kann es nicht steuern. Er versucht es immer, aber es gelingt ihm einfach nicht. Er wird manchmal sehr aggressiv und seine Mutter macht sich große Sorgen. Und das zweite Anliegen, ihr Lieben, seit drei Jahren plagen mich Angstzustände und Depressionen. Ich möchte endlich in Freiheit leben und sie endgültig überwinden. Ich bin Mama von drei Jungs und möchte auch für sie voll da sein können und mit ihnen das Leben genießen. Ja, danke Herr, du kennst diesen jungen Mann, der so eine Unruhe hat und Herr, wir bitten und beten einen himmlischen Frieden in diesen Körper, in diesen Menschen hinein. Herr, danke alles, was so in Unruhe ist, Herr, dass Ruhe hineinkommt. Danke, Herr, deine Ruhe. Herr, deine Liebe. Ich danke dir dafür und danke dir dafür. Herr, auch für diese Mama, die ganz besonders Kraft braucht. Herr, auch wirklich auch Entscheidungskraft, auch deine himmlische Ruhe, um all das zu stemmen, Herr, mit den Kindern und alles, was auf sie einprasselt. Und danke, Herr, dass sie auch wirklich Sorgen und Nöte am Kreuz ablegen kann. Danke. Amen. Amen. Isolde, wir haben gerade gehört, dass ihr ihr Missionswerk schon lange für andere Menschen betet und du hast uns noch Gebetserfahrungen mitgebracht. Ja, und das ist genau der Grund, warum wir diese Fürbitte auch machen, dass wir auch diese Ergebnisse dann hören dürfen und erleben. Und ein junges Mädchen macht Erfahrungen mit dem Gebet und die Mutter berichtet. Danke immer wieder für eure Gebete. Unsere jüngste Tochter hat ihre Abiturprüfungen geschafft und voraussichtlich einen Schnitt von 1,7. Vor den Prüfungen kam sie zu uns und bat jeweils um Gebet. In Religion hatte sie die maximale Punktzahl erreicht. Die Deutschlehrerin, die ihr immer so schlechte Zensuren gab, kam nicht mehr. Auch das ist eine Gebetserhörung und für unsere Tochter eine Offenbarung, dass Jesus eingreift. Und meine schrecklichen Albträume sind auch weggeblieben. Gott sei Dank. Und das ist doch wunderbar, wenn man auch wieder gut schlafen kann. Und ein zweites, eine Befreiung von Psychopharmaka. Und eine Frau schreibt, vor vielen Monaten habe ich euch mein Gebetsanliegen geschickt. Fast anderthalb Jahre habe ich Psychopharmaka eingenommen. Ich konnte nicht mehr schlafen und war innerlich sehr unruhig. Durch Gottes Führung durfte ich letztes Jahr sieben Wochen in Reha. Ich freute mich darauf, mit den Tabletten aufhören zu können. Zu diesem Zeitpunkt hat es aber nicht geklappt. Seit circa vier Wochen bin ich nun frei. Ich kann gut schlafen, bin ruhig und ausgeglichen. Mir geht es richtig gut. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und danke für euer Gebet. Ja, und Jesus schenkt auch neue Lebensqualität. Ja, vielleicht konntest du durch diese Erfahrungsberichte Mut fassen und möchtest Gebet selbst einmal ausprobieren. Teile gern deine Sorgen mit uns. Schreib uns eine E-Mail an gebet-admissionswerk.de oder ruf uns an unter der 0800 240 44 70. Die Telefonnummer ist übrigens kostenlos. Du kannst uns auch eine WhatsApp schreiben oder bei YouTube direkt in den Kommentaren dein Anliegen hinterlassen. Zwei Anliegen haben uns erreicht, bei denen Menschen für ihre Bewegungsfähigkeit beten möchten. Bitte betet für meinen Bewegungsapparat. Gelenke, Muskeln, Sehnen, Nerven, besonders die linke Hüfte und das linke Knie. Und eine andere Frau schreibt, mein Mann leidet unter Parkinson und hatte einen Schub. Seitdem haben sich folgende Probleme enorm verstärkt. Sprache, Denken, Laufen, Verdauung und so weiter. Bitte betet für meinen Mann, aber auch für mich, um Geduld und Kraft für die Pflege zu Hause. Ja, das tun wir gerne. Und Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist, auch über diesen beiden Personen und dass du auch diese Person kennst mit diesem Bewegungsapparat. Danke, dass du da deine Heilungskraft fließen lässt. Auch die Hüfte und das Knie und alles, was da an Gelenken nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass du der Wiederherstellende bist und dass wir es einfach in deine Hände legen dürfen. Du hast alles vollbracht am Kreuz und auch für uns die Heilung erwirkt. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Und ich danke dir auch für dieses zweite Anliegen von dem Parkinson. Danke, Jesus, dass du diese Person auch heilst. Und all diese vielen Folgeerscheinungen. Danke, Jesus, dass es in deiner Hand ist und dass du da wirklich Wunderbares tust. Dass du diesen Menschen, diese Person wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und dass da Gesundheit eintritt. Danke, Jesus. Und auch für die Frau, die wieder Kraft und Mut braucht, auch diese ganze Pflege zu tun. Danke, Jesus, dass du da ein Wunder tust in dieser ganzen Familie. Danke, Jesus. Amen. Amen. Gebet kann Situationen grundlegend verändern, wie unsere nächste Geschichte zeigt. Herbstsonne in Chemnitz. Dieter Großer kommt vom Morgenspaziergang zurück. Das ist erst seit kurzem wieder möglich. Mitte Oktober 2020 fühlt er sich krank, hat hohes Fieber. Ein Corona-Test ist positiv. Es geht ihm immer schlechter, bis er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Schon vorher war er zu Hause vor Schwäche gestürzt. Ich habe das eigentlich gar nicht so gemerkt, gar nicht so wahrgenommen, dass ich so schwach bin. Ich habe dann bloß gemerkt, dass ich mal hingefallen war, dass ich mich dann wieder hochgestützt habe. Und schlecht auch auf Telefonate reagiert habe. Ich weiß bloß, dass ich an dem Geburtstag Anrufe hatte und ich da ganz schlecht antworten konnte. Aber viel mehr habe ich nicht in Erinnerung da drauf. Wenige Tage später bekommt Rita Großer einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er ruft die Ärztin an, ob er seine Hände hat und sagt, wir müssen leider ihren Mann beatmen. Er ist hingefallen. Und da ist bei mir alles zusammengerutscht. Ich dachte, das wird nie wieder. Die Ärzte haben mir erzählt, dass die ihn stabilisiert haben, also mein Mann. Und die haben mir auch wenig Hoffnung gegeben, weil er hat auch viele Vorerkrankungen und wirklich seinen Zustand. Das war alles auf unterstem Niveau, also rundherum alles. Und ja, für mich war das klar, dass die dann, also Amtsgericht ruft mich an, nur um zu fragen, ob die Schläuche abgestellt werden könnten. Rita Großer hat wenig Hoffnung auf eine Genesung ihres Mannes. Freunde und Bekannte beten für ihn. Wegen Corona darf sie ihn nicht besuchen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass mir da nur Gebet helfen kann. Ich weiß, dass Gebet viel Kraft hat. Erstmal in unserer Gemeinde habe ich Bescheid gesagt, um Gebetanliegen weiterzugeben, dass Menschen beten. Ich habe auch mich erinnert, dass Missionswehr Karlsruhe macht auch so einen Dienst, dass die für Menschen beten. Und weil ich keine Möglichkeit auslassen wollte, habe ich da auch dorthin mich gewandt. Und eine Frau hat mit mir gleich gebetet am Telefon. Und das ist auch einfach Stärke und Kraft, die da wirkt. Weil sein Zustand auf niedrigem Niveau stabil ist, machen die Ärzte einen Luftröhrenschnitt und lassen ihn langsam aus dem Koma erwachen. Das ist gut gelungen. Ja, und eigentlich ziemlich schnell danach habe ich auch Sprachnachricht von ihm bekommen, also nur auf WhatsApp. Und da hat er, das hat mich bewegt, also er hat trotzdem nach drei Wochen Koma, konnte seine Worte formulieren richtig und zusammenfassen und sich gut ausdrücken. Ich habe mich so gefreut, ob wir diese Nachricht haben. Eine lange Genesungszeit liegt vor ihm. Doch weil er ohne Schläuche atmen kann, wird er in eine Reha mit Normalstation verlegt. Als Dieter auf die Normalstation verlegt worden ist, dann haben wir auch jeden Tag miteinander telefoniert, Videotelefoniert. Und wir haben gute Zeit gehabt, er konnte erzählen, was sein Tag gebracht hat. Ich konnte von meinem Tag erzählen, wir haben zusammen gebetet für uns, für andere Menschen. Ja, das war einfach gesegnete Zeit. Der Tag der Entlassung kommt. Ja, das war im Januar erst, Ende Januar, nach drei Monaten. Das war schön, ich kam von Arbeit und dann war ich schon zu Hause. Ja, wir haben uns alle angeguckt. Das war eine schöne Zeit, wir haben dann zusammen Kaffee getrunken, ein Foto gemacht und ein kurzes Video gedreht, das auch lustig war und an unsere Kinder geschickt. Das ist ein Geschenk, der nur Gott macht. Daniel, wie würdest du das Wort Fürbitte erklären? Ja, Fürbitte ist für jemand anderen zu beten, stellvertretend für Menschen zu beten. Manche möchten sagen, bitte sag dem, dass er für mich betet. Oder auch für Menschen beten, die gar nicht wissen, dass man für sie betet. Kann der Nachbar sein, kann die Regierung sein, was auch immer. Das fürbittende Gebet und das ist so wunderbar. Im Wort Gottes heißt es, wo zwei oder drei miteinander beten, ist Gott mitten unter uns. Und das hat wirklich eine Kraft. Muss ich mehr Glauben haben, wenn ich für andere bete, als wenn ich für mich selbst bete? Gott erhört Gebet und Gott hört uns. Egal, ob wir für uns beten oder ob wir für andere beten, das macht keinen Unterschied. Es gibt diese Formulierung, ich leiste Fürbitte. Das klingt ja fast ein bisschen wie Betteln. Nein, das ist kein Betteln. Das macht Freude, für Menschen zu beten. Und wenn man dann auch die Ergebnisse sieht und die Gebetserhörungen dann hereinkommen, das macht doch wirklich Freude, wenn man sieht, wie Menschen Gott erleben und wie sie aus ihren Schwierigkeiten herauskommen. Uns haben zwei Anliegen erreicht, bei denen Menschen für ihre Genesung beten möchten. Ich hatte vor drei Jahren einen Tumor im Kopf. Ich habe seit Wochen wahnsinnige Kopfschmerzen und Schwindel. Und das zweite Anliegen, bitte betet für die Heilung meiner Mutter. Sie leidet seit mehreren Jahren an Schwindel und oft wiederkehrenden Kopfschmerzen. Dadurch ist ihre Lebensqualität gewaltig gesunken. Danke, Herr, dass du wirklich ein Gott bist, Herr von Qualität. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, auch, dass dieser Schwindel und, Herr, dieses Kopfweh und das Ganze, was zusammenhängt, Herr, weicht in deinem Namen. Jesu dürfen wir das bitten. Vater im Himmel, danke, Herr, dass du Jesus gesandt hast, auch für Heilung. Ich danke dir dafür. Und danke auch, Herr, dass du diesen Menschen kennst mit dem Tumor. Danke, Herr, dass dieser Tumor verschwindet. Dort, wo Ärzte nicht mehr weiter können, weiter wissen, ist bei dir immer noch eine Möglichkeit. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, dass du das Wunder tust. Amen. Amen. Iseude, du hast uns noch zwei real erlebte Geschichten mitgebracht. Ja, und da schreibt uns eine Frau. Mein Mann hat eine Arbeitsstelle gefunden. Er war ein paar Monate arbeitslos und hatte selbst nicht mehr daran geglaubt, einen Arbeitsplatz zu finden, weil er schon älter ist. Ich danke euch herzlich für eure wertvollen Gebete. Und Gott versorgt uns und egal, wie alt wir sind, er weiß um unsere Nöte und unseren Zustand. Und eine Frau berichtet von einer Heilung ihres Rückens. Sie schreibt, mit großer Dankbarkeit darf ich berichten, dass Jesus meinen Rücken geheilt hat. Ein Lendenwirbel verschob sich oft und ein Brustwirbel renkte sich manchmal aus. Oft musste der Orthopäde mich einrenken. Seit ein paar Monaten ist das vorbei. Ich vertraue Jesus weiter. Vielen Dank für eure Gebete. Gott erhört Gebet und da freuen wir uns mit. Martin Luther sagte wohl einmal sinngemäß, es findet ein Gottesdienst in einer prunkvollen Kirche statt. Fehlt aber das Fürbitten, so ist dieser Gottesdienst unvollständig. Feiert man den Gottesdienst dagegen in einem einfachen Raum und betet dabei innig für seine Mitmenschen, so ist es der schönste Gottesdienst. Wie siehst du das, Daniel? Ja, total richtig, weil es gibt so viele Menschen, die nur sich sehen oder auch Gemeinden, die nur sich sehen. Und wir, wir sind dazu auch berufen und wir haben die Aufgabe auch für andere Menschen, außerhalb den heiligen Mauern zu beten und außerhalb dem Glauben auch zu beten, also außerhalb gläubigen Leuten, wo man auch wirklich für ungläubige Leute beten soll. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Christ. Aber was ist, wenn ich mich gerade selbst in einer Notsituation befinde? Kann ich dann überhaupt für andere beten? Das kann unter Umständen schwierig sein. Also da ist gut, wenn man Leute um sich herum hat, die dann vielleicht sich da einklinken, weil wenn man selbst in einer großen Not ist, steht die doch sehr dominant vorne. Und man betet zwar für andere Leute, aber sieht hauptsächlich sein Problem. Darum ist auch, wir haben auch ein Gebetsteam, auch für diese Sendung, aber auch für die Gemeinde. Und da ist es wichtig, dass man füreinander da ist, wenn einer mal durchhängt, weil irgendwie was ist, dass die anderen dann beten. Und genau deshalb beten wir auch gerne für euch. Vielleicht hast du eine Not, die dich beschäftigt, die dich belastet. Dann ruf uns an oder schreib uns dein Anliegen. Und wenn du lernen möchtest, für andere zu beten, dann geh gern auf die Website missionswerk.de. Dort findest du den Leitfaden für Gebet mit vielen wertvollen Tipps für dich und für dein Gebet im Alltag. Zwei weitere Bitten haben uns erreicht. Bitte betet für eine Frau, die nach einer Hirnblutung zum Pflegefall wurde, dass diese Festlegung der Ärzte nicht stimmt und sie wiederhergestellt werden kann. Körperlich, seelisch und physisch durch Gottes Wunder. Und ein zweites Anliegen. Ich habe sehr niedrigen Blutdruck. Ich bin in einer jungen Ehe und erwarte mein erstes Kind. Bitte betet, dass Gott unsere Ehe segnet. Dass unser Kind in meinem Körper gesund wächst und Gott mir in meinem Leben als Ehefrau und werdende Mutter Kraft gibt. Ja, Jesus, du kennst auch diesen Pflegefall, wo der Arzt das so festgelegt hat und wir entmachten diese Festlegung im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du etwas tun kannst in diesem Leib, auch durch die Hirnblutung. Danke, Jesus, dass du da Wunderbares tust und deine Heilungskraft, dein Heilungsstrom durch diesen Körper fließt. Dass er wieder funktioniert und dass da wieder Kraft hineinkommt und dass Heilung fließt. Danke, Jesus. Und du kennst auch die junge Frau, die da um Gebet bittet. Und ich danke dir, dass du auch ihren Blutdruck in Ordnung bringst. Und du weißt auch um das Kind und ich danke dir, dass dieses Kind wunderbar heranwächst. Dass du ihr Kraft schenkst, dass du ihr Freude gibst, dass du ihr Frieden schenkst und dass alles wunderbar zur Geburt kommt. Ich danke dir, Jesus, dass dieses Kind wunderbar heranwächst. Und ich danke dir, dass du diese Ehe segnest und dass du wunderbar auch da eingreifst und dein Segen über dieser kleinen Familie ruht. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Isolde, was macht es mit mir, wenn ich weiß, dass andere für mich beten? Ja, das stärkt doch unseren Glauben und das gibt Hoffnung. Und das macht uns doch Freude, wenn wir wissen, dass andere Menschen an uns denken und für uns beten. Aber ist das nicht auch ein bisschen peinlich, wenn ich meine Hilflosigkeit zugeben muss? Nein, das ist nicht peinlich. Wir alle brauchen Gottes Hilfe und wir alle stehen irgendwo im Leben und sind dankbar, wenn jemand an uns denkt und jemand für uns betet. Ihr veranstaltet ja als Missionswerk regelmäßig Gebetsnächte. Wie kann ich mir das vorstellen, Daniel? Ja, Gebetsnacht ist eine Veranstaltung, die ungefähr sechs Stunden dauert. Und wir beten nicht nur, sondern haben da auch Lobpreis, haben verschiedene stärkende Impulse und sehr abwechslungsreiches Programm. Wir beten auch für bittend, für Länder, für verschiedene Situationen, die gerade aktuell sind. Und natürlich für alle Leute, die im Chat uns schreiben, beten wir also auf der Bühne. Es ist inspirierend, wie Menschen ganz individuell ihre Erfahrungen mit Gebet machen. Dieter Großer war schwer an Corona erkrankt. Drei Wochen lag er im Koma. Doch dann besserte sich sein Zustand sehr schnell. Heute kann er wieder mit seiner Frau Rita in der Natur unterwegs sein. Heute geht mir es besser als vor Corona. Ich kann heute größere Wegstrecken laufen und mit den Schmerzen kann ich besser umgehen, da ich mit Ruhe das ausgleichen kann und ich nicht mehr Schmerzmittel nehmen muss. Mir ist dabei ganz deutlich geworden, wie Gott eingreift und wie er mir die Kraft ergibt, vorwärts zu gehen, weil er mir gesagt hat, ich stelle dich wieder auf die Beine. Und das habe ich so stark gespürt. Ja, das ist ein Geschenk Gottes, wieder einen, weil er hat schon viel mehr Geschenke von Gott bekommen. Ich habe nie erwartet, dass mein Mann wieder zurückkommt. Und er hat das wieder alles hergestellt. Und da habe ich so eine tiefe Dankbarkeit drin in mir. Ich kann das nur einfach immer wieder erzählen, weil wenn Menschen beten, da handelt Gott. Es ist einfach unwahrscheinlich ein großes Geschenk für ganze Familie, dass wir noch gemeinsam die Zeit genießen können. Lasst uns ermutigt von dieser Geschichte direkt weiterbeten. Mein Anliegen ist es, dass mein linkes Knie nach der Meniskus-OP wieder vollständig heilt, schreibt uns jemand und abschwillt. Ich bitte auch darum, dass mein Knochenräumer heilt und der Knorpel nachwächst. Und ein zweites Anliegen einer Frau. Ich habe sehr starken Juckreiz am Rücken und Rückenbeschwerden. Bitte betet für mich um Heilung. Ja, Vater im Himmel, danke. Danke, Herr, dass du Jesus gesandt hast, Vater, und dass alle Hilfe und Heilung darin möglich ist. Und danke für das Knie. Ich danke dir dafür, für die Knochen. Und danke, Herr, dass du wunderbar diesen Menschen begegnest. Ich danke dir. Danke, Herr, dass du Wunderbares tust. Und danke, Herr, du kennst jetzt auch das ganze Spektrum dieser Frau, die auch um Hilfe gebeten hat. Und ich danke dir dafür, Herr, dass bei dir Hilfe, Heilung ist, was bei dir Lösungen sind. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Wenn ihr auch möchtet, dass wir für eure Bitten beten, dann meldet euch gerne bei uns. Das Gebetsteam sitzt jetzt gerade vor dem Telefon und freut sich von euch zu hören. Vielleicht habt ihr auch Ideen zum Thema Gebet, worüber wir sprechen könnten. Schreibt uns gern eure Ideen. Wir stehen gern mit euch im Kontakt. Auch für das folgende Anliegen wollen wir beten. Ich bin ein Kind Gottes und versuche schon so lange vom Rauchen loszukommen. Bitte betet für mich, dass Jesus mich frei macht und mir mein Verlangen nimmt. Ja, machen wir gerne. Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Person kennst, die das Rauchen satt hat. Und ich danke dir, dass du dieser Person das Verlangen nimmst. Und wir entmachten dieses Verlangen jetzt im Namen Jesus, dass er frei ist von diesem Rauchen und von diesem Verlangen. Und ich danke dir, Jesus, dass du da hineinkommst mit deinem Frieden und dass da wirklich Heilung geschieht, Heilung von diesem Rauchen und dass das wirklich abgeschnitten ist und dass da Normalität hineinkommt ohne Rauchen. Danke, Jesus. Du bist der Herr über diese Person. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst. Amen. Amen. Uns hat eine Frau geschrieben, die unter Einsamkeit und Panik leidet. Sie möchte so gerne wieder am Leben teilnehmen. Und eine andere Frau bittet für ihre Mama, die Schmerzen im Knie, der Schulter und der Hüfte hat. Sie soll bald operiert werden und bittet um Gottes Eingreifen und möchte ihre Angst davor loswerden. Danke, Herr. Danke, Herr. Angst kommt nicht von dir. Und auch die ganzen Schmerzen und all das, was durcheinandergekommen ist. Ich danke dir dafür, dass du der Eingreifende bist, dass du der Helfer, der Heilende bist. Herr, ich danke dir für beide Personen. Lass sie wirklich einen Durchbruch an Heilung, aber auch in deiner Liebe erleben. Und ich danke dir dafür, dass bei dir nichts unmöglich ist. Amen. Ja, uns haben mehr Gebete erreicht, als wir hier vorlesen konnten. Daniel, möchtest du noch einmal abschließend mit uns beten? Aber gerne. Danke, Herr. Herr, für die vielen Menschen, die Mut gefasst haben, hierher ihre Gebetsanliegen zu schicken. Und Herr, wir möchten sie postwenden, an dich weiter leiten. Du hast schon beim Schreiben, schon beim Formulieren die Gedanken gesehen und das Herz gesehen, die Haltung gesehen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du keiner vergisst, Herr, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht alle hier erwähnen können. Herr, du weißt jeden, jeden mit Namen und jedes Detail. Ich danke dir dafür, dass du der Berührende bist. Amen. Amen. Danke für euer Gebet. Gerne. Gerne erinnere ich euch daran, dass ihr euch den Gebetsleitfaden auf der Website bestellen könnt, indem ihr viele Tipps für euren Alltag findet. Ihr könnt uns auch gern weiterhin eure Sorgen und eure Gebetsanliegen schicken. Das Gebetsteam vom Missionswerk Karlsruhe betet für euch und wir werden euch auch nach der Sendung antworten. Isolde und Daniel beten übrigens jeden Mittwoch und Freitag um 12 Uhr auf YouTube für euch in der Sendung Hoffnung um 12. Isolde und Daniel beten übrigens jeden Mittwoch und Freitag um 12 Uhr auf YouTube für euch in der Sendung.